Herzlich willkommen! Ich bin's wieder, Ali, euer 3D-Tutor und wir machen weiter mit unserer Adobe Firefly-Serie. Und nachdem wir über Text zu Bild, generative Füllung und Text-Effekte gesprochen haben, möchten wir heute auf die generative Neufärbung zu sprechen kommen. Kurz in eigener Sache vorab, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dranbleibt. Abonniert also gern den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben, das unterstützt die Videos und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Anmerkungen, Ideen oder sonstige Kommentare zu hinterlassen habt. Dann gehen wir hier auf generative Neufärbung und sagen generieren und bekommen hier eine Übersicht der Galerie mit Beispielen, auf die wir zurückgreifen können oder aber wir können hier eine SVG-Datei, also eine Vektorgrafik hochladen. Ich möchte in diesem Fall aber auf eines dieser Beispiele hier zurückgreifen, nämlich auf süße Desserts steht hier und ich sage Beispiele anzeigen. Adobe Firefly beginnt zu rechnen und spuckt uns hier gleich vier Vorschläge aus. Warum vier Vorschläge? Wir haben hier auf der rechten Seite die Vektorgrafik, die dem Ganzen zugrunde liegt. Wir könnten die auch hier ersetzen und wir haben dann hier in der Mitte die vier errechneten Beispiele mit einer Neueinfärbung. Worauf fußt diese Neueinfärbung? Ich ziehe mich an der Stelle einmal etwas hoch, damit ihr das besser sehen könnt. Wir haben hier den Bereich süße Desserts, wie eben im Titel beschrieben. Wenn wir das einmal rauslöschen, dann haben wir hier die Beschreibe, die Farbpalette, die du generieren möchtest. Das ist also die Farbpalette, die wir generieren möchten und wir haben hier die Möglichkeit, auf Beispielbeschreibungen zurückzugreifen. Das heißt hier entweder Laksushi oder Sandiger Kiesstrand, Dunkelblaue Mitternacht. Und wie ihr seht, hat sich hier jemand schon Gedanken gemacht und solche beispielhaften Vorschauen hier eingefügt, damit man einfach auf eine solche Beispielbeschreibung schnell zugreifen kann und dann anhand der diese Vektorgrafik neu generieren kann. So, dadurch bekommen wir jetzt unsere vier Vorschläge, aber haben noch zusätzlich zu diesen Beispielbeschreibungen die Möglichkeit, hier Harmonien einzufügen. Das heißt, wir können hier das Ganze komplementär, analog, Triade, Teilkomplementär oder Quadrat im Stil, in diesem Stil hier anfertigen. Und ihr seht, man könnte diesen Stil auch wieder löschen, bevor man generiert oder aber man generiert mit diesem Stil. Und wir haben noch die Möglichkeit hier, Farbeinflüsse für die Neueinfärbung vorzunehmen. Ganz wichtig noch an der Stelle, wenn ihr hier Laksushi oder was auch immer generiert habt, ihr könnt in das Bild gehen, in dieses, das euch vielleicht am besten gefällt und dann per Zufallsreihenfolge hier die Anordnung der Farben, die Anordnung der Farbpalette oder die Zuweisung der Farbpalette auf die einzelnen Vektorgrafikelemente könnt ihr hier nochmal verändern. Und wenn ihr ein Beispiel gefunden habt, das euch gefällt, dann könnt ihr das Ganze hier bewerten, einmal mit Daumen hoch und dann könnt ihr anschließend auf weitere Optionen gehen, das Bild herunterladen, kopieren oder weiter in Adobe Express bearbeiten. Dieser Bereich schwarz-weiß beibehalten, den habe ich so verstanden, dass wenn ihr in eurer Vektorgrafik ein schwarzes oder weißes Element habt, dass es in der Neugenerierung dann beibehalten wird. Das kann man vielleicht nachvollziehen, wenn man hier nochmal rausgeht, auf dieses Beispiel geht, wo man hier einen schwarzen Bereich hat. Und dann kann man hier sehen, die Bereiche werden im Grunde beibehalten als schwarz oder dunkel und das gleiche kann man auch sehen, wenn man noch ein weißes Beispiel hat, hier das weiße ist drinne und genauso findet sich auch hier wieder. Das ist im Grunde schon, was ich euch zur generativen Neufärbung sagen wollte. Bleibt gerne dran, wir sehen uns dann im nächsten Tutorial.